Hey und Willkommen zu einer weiteren Runde Shellshock Live zusammen mit Maudado. Bewertet den Part und viel Spaß. Wir starten in einer 3 vs 3 Runde. Hallo. Hallo. Du hast da was über dir, ich würde mal weg gehen. Ich weiß, deswegen bin ich da weg gegangen. Lauf. Ich bin doch schon weg. Nein, nein. Du stehst direkt da drunter. Mach mal was gegen deine Störung. Ist das meine Störung? Nein, nein, nein. Es war ein Scherz. Scherz. Scherz, 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 scherz. Wow, wow, das ist ein Wauder der trifft auf jeden Fall. Achso! Nein! Tschüss Manu. Wo war… 아까… War das ... das war die 3er Sniper, was macht die nochmal. Das ist so eine Streuschniper, da schieße er erste Signale und wenn ein Signal triff, schieß dann den pump. Ach, deswegen hat der, deswegen Schiss. Jetzt verstehe ich erst deinen Satz. Nice. Boah, bitte. Bitte treff mich nicht selber. Nee, nee, ich treffe. Nein, nein, ich meine, ich mich. Ah. Ja, komm. Was? Nichts hat... Jetzt echt? Das habe ich... Oh. Das habe ich geschafft. Yo. Nice. Er sitzt in einem Loch. Ich mache einen Schottmail und treffe gar nicht. Ich kann dir da nicht mehr helfen. Doch, über Bande. Ja, genau. Hä, warte mal, der Käfft hat doch jetzt auch irgendwie keine Rüstung mehr. Wie, dann kannst du echt auf den gehen. Ja, aber Käfft kannst du ja auch nicht. Kannst du dafür... Doch, natürlich. Ich schaffe das doch. Nein, nein. Warum hast du denn so starke Items? Was war das? So, ich würde sagen, nee, da war noch ein Wusch am Ende. Wusch. Ich mache... Ich mache mal... Bounce Blood mit Grits. Ja. Ja. Ich mache mal Geld. Ja, stimmt. Oh. 16... 100 Schaden. Ah. Bitte kein Messer. Bitte kein Messer. Der kommt auch in da. Ich glaube, wir haben verloren. Nee, ich glaube, wir haben gewonnen. Ich habe nämlich Napalm. Heavy Napalm. Und dann machen wir den gleich fertig. Und das Teammitglied schießt jetzt auch auf ihn. Nein. Aber auch auf dich. Ja, aber auch auf ihn. Es ist egal. Manu, es ist egal. Nein, es ist nicht egal. Ich opfer mich. Könnte sich sterben. Heavy Napalm. Sinkletz. Heavy Napalm. Ja, ja, ja. Gute Entscheidung. 77. Was? Wow. Wow. Irgendwie 80 Schaden oder so. Oh, oh. Ich bin tot. Bitte nicht. Der macht 107 Schaden. Ich sehe es kommen. Nee, nee. Er wird keine 107 Schaden machen. Doch, der hat jetzt irgendeinen Digger. Der macht keine 107 Schaden. Mega Digger. Und ich bin tot. Und ich werde das... Nein, Maui Ello. Hilfst du mal, du. Nein. Ach, ist mir egal. Jetzt kann er es nicht hören. Gut, dass du mich nicht hört. Ist er schon tot? Ich habe doch noch einen Error. Error. Ein Error. Äh, Horizon. Carpet Bomb bringt nichts. Nidla. Oh, Nidla. Warum sehe ich das denn jetzt erst? Alter, bin ich durch. Und... Shanidla. Wow, das wird stark sein. Ja, 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 ja. 105 Damage. Nein. Oh, überlebst du das? Nee. 67. Ja, kommt drauf an, was er hat. Aber ich denke nicht. Ja. Ja, kann man machen. Kann man nicht machen. Nein. 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 Ich war es zur Hölle. Ich lebe. War an die Wand. Ich lebe. Ja, mache ich. So, und jetzt bist du tot. Wie viele machst du? Was cool ist? Eine Glock. Eine Uzi. Eine Ui. Das wäre echt cool, ne? Ja. Habe ich nicht, ne? Ich habe aber einen Creek. Oh. Hoffentlich mache ich genug Schaden. Ich hoffe es auch. Das kann nach hinten losgehen. Aber mit unserem Skill. Wir schaffen das schon. Ja, ja, ja. Oh, er macht auch gut Schaden. 30, oder? Ja, er hat 30 Schaden gemacht. Ich bin so enttäuscht. Oh, kannst du das Item holen? Nee, das holt er jetzt. Nee, das holt er nicht. Das holt er nicht. Er schießt da jetzt hoch, holt das Item und killt mich noch. Siehste? Holt er nicht. Karpet-Bomb hätte ich. Das ist schön. Ja, das ist eigentlich nice. Ey, jetzt holt er sich das. Oh mein Gott. Alter. Wenn die Karpet-Bomb halt von rechts kommt, triffst du halt Junkie Junior niemals. Ach, stimmt. Ach komm, weißt du was? Das ist mein Ding. Aber er hat eine geringere Flugbahn. Er misst. Und... Ui! Ja, ich hab... Ja, was? 25 Amor. Lol, er trifft echt nicht. Okay, ja. Dollar-Bilds. Ah, ja. Ja, der ist tot. Der ist so tot. Oh, quit. Nice. Hat noch gut getroffen. Bleibt das? Bitte, komm. Bitte bleib. Da oben. Nee, schade. Bitte. Oh! Aber genau getroffen. Da hättest du auch was anderes schießen können, weißt du. Was denn? Ein Sniper. Hab ich nicht. Error. Lol. Er hat mich einfach nicht getroffen. So, mein Bob. Oh, nice. Ja, danke. Du hättest grad die Bahn. Ja, dann hol ich mir mal die Items da oben. Oh, mein X schießt auch ein Sniper. Zack. Karpetbomb und Sniper? Yo, die trifft. Das war ungünstig. Aber ich hab ein bisschen Staub aufgewirbelt, ne? Ja, der sieht jetzt nicht mehr so gut rüber. Der trifft jetzt schlechter. Ah, das wär nice. Und gar nicht nervig für die Aufnahme oder so. Ich weiß gar nicht. Wär Fog of War interessant. Wenn man am Anfang sieht, wo alle sind, aber dann... Aber naja, wenn es so eine Vision-Mechanik gibt, dass man bestimmte Sachen kann, um sich zu bekommen. Oh. Oh nein. Oh nein. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das war aber sehr knapp. Wieder zurück. Okay, dann wieder neu berechnen. Justieren. Und jetzt... Dollar-Bills-Attack! Oh. Oh. Nein! Oh, Manu, du schmeißt dein ganzes Geld im schwarzen Loch. Wow. Ja, aber... Vielleicht spende ich damit ja irgendeiner anderen Welt. Ja, genau. Das war meine Absicht. Räum weiter. Oh nein. Nein. Er trifft genau, oder? Ah! Nein! Ja, Manu. Oh. Ja, doch. Hey! Hey! Wie fühlt der mit Schwaders? 100? Echt viel? 104. Oh, oh. Ja, und jetzt haben wir ein Problem. Er trifft sich selbst. Och, fast. Schade. Ja, komm, bitte räum auf. Los, Weapon X. Mach einfach so einen... Nicht Hoverball, so einen Tunnel. Oder Tunnel. Genau, Bauhunter. Oder Shockshell. Ich wusste es. Er schafft es. Er schafft es. Warum aber eine Sniper? Lol, richtige Demütigung! Lol! Weapon X. Der Auserwählte. Der Auserwählte. Und zu der Daptation gibt's jetzt noch eine Rebound. Hallo. Und wir schießen gemeinsam. Oh nein, was hat er wieder? Abbe... Abbe... Und komm zurück. Ja, nein, 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 nein. Ja, ja, geht die Wand. Och, schade. Fast. Ganz, ganz knapp. Aber das Interessante war, du hattest vorderlings die Erde zu erhöhen. Hast du mir gerade noch schnell geschrieben. Kannst du es mal kurz bestätigen, wenn ich hier schon Scheiße erzähle, Mann, ey? Wenn du Scheiße erzählst, dann bestätige ich das auch nicht. Ach, klar, genau. Natürlich. Ja. Pass auf, ich hab eine Spitzenidee. Ich auch. Wow, ist die Idee. Tüfte. Also irgendwie... Ich weiß, ich hab keine Ahnung, in welche Richtung das büllert. Ich hoffe, meins büllert nach unten. Nach rechts, bitte. Ja, perfekt. Guck mal, das ist eine Decke. Ja, geil. Hätte er dich getroffen. Ja, eben. Oh. Höh? Nein, nein, ach, Mann. Dein Turm. Lol. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Scheiße. Hilfe. Ich mach einfach. Nein, was? Hä? Du bist so straight durch? Hast du auch nicht getroffen? Was sind wieder so Pumps? Hä? Ich hab gedacht, er rollt uns nicht. Hä? Hä? Ja, war richtig. Also, ich hab eigentlich gedacht, dass der Roller anders rollt. Okay. Ach, ach, hi. Hi, Eck. Ich treffe aber nicht. Außer es geht links gegen und dann nach rechts. Ja! Genau wie angekündigt. War ich der Hacker? Nein. Wow, wow. 30, 20. Echt jetzt? Ja, echt, Mann. Hä? Hä? Habe ich mich jetzt irgendwie selber? Ich hab fünf hier. Ich glaub, ich hab mich auch selber erlischt. Nee, ich hab mich nicht selber getroffen. Nice, ich hab fast deine Rüstung, oder? Oh, nee, ich hab deine. Hä? Hä? Ich hab ja echt viel geschafft. Ich versteh's nicht. Was machen wir jetzt? Ich versteh's nicht. Ich check's nicht. Ich glaub, das war viel zu stark. Alter! Hä? Hey, du hast dich selber getrittet. Ich hab mich selbst getroffen. Nice. Nur, dass du mit deiner Rüstung weg bist, oder was? Oh, ich komm noch nicht weg. Du kriegst jetzt schön eine Carpetbomb ab. Oh nein. Nein, 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 das ist zu stark. Geh doch. Ja, ey, ignoriert's jetzt gleich. Nice! Oh! 49 Schaden. Nur weil er es ignoriert hat. Das war wunderschön. Okay. Bounceblout. Was? Nein, 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 nein. Nicht nochmal mich. Wow. Zweimal mich selber erwischt. Fast dreimal. Ich werde jetzt einfach durchs Portal, dann auf den Bounder, dann durchs Portal auf dich. Ganz, ganz easy. Ich muss einfach durchs Portal. Ey, ach Mann. So viel normal nicht, wär's echt cool. Wow, hab ich eine Scheiße bekommen. Ich aber auch. Das war aber ganz gut, das Item. Und bitte crit! Nein, Mist. Neues Manu, neues Hex. Schön, oder? Schön. Was hab ich für eine Scheiße bekommen? Und dann das beste Item im Spiel. Oh nein, oh nein. Drei Leben, drei Leben, bitte nicht. Nein! Was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun mit meinem Leben? Ich tübe mich selber, okay? Seid ihr bereit, Leute, für den ultimativen Kill? Ich bin breit, ich bin breit. Du bist breit? Okay. Also irgendwie bringt das nichts, was ich da gerade tue, aber egal. Ach, das ist der! Oh. Der könnte mich ja... Nein. Bitte baut nochmal, bitte baut nochmal. Der ist nicht gebaut, oder? Oh, shit. Shit, shit, shit. Ja! Hä? Ich war vier... Ich hab's bekommen, oder? Nein. Nein? Was sind das? Was hab ich denn hier für Lacks? Und das ist meine Lobby. Ja, ja, es hat aber auch Wochen auch die ganze Zeit geleckt. Das ist modal, wie man ihn kennt. Bitte töte mich nicht. Oh nein, nein. Oh, bitte, bitte Brino. Ach nee, bitte. Das könnte jetzt so zurückkommen. Oh, ich hoffe, ich bringe mich nicht jetzt um. Nein, nein. Hä, es ist durchge... Oh, was? Alter, was war das? Das hat so rumgebackt. Es hat so lächerlich rumgebackt. Boah, das ist viel zu stark. Nein. Das könnte so... Oh, danke. Ja. Nein. Ja. Nein. Nein. Was? Ich liebe... Oh, du bist safe, oder? Sehe ich jetzt erst. Ups. Ah, warte mal. Ich hab ne Idee. Modado, und ich glaub, das hast du nicht bedacht. LOL. Hä? Es hat einen inneren Kreis gezogen. Ihr habt es umgepatcht. Was? Ihr habt es umgepatcht. Das ist drin live. Was? Nice. Oh, aber es sah cool aus. Aber es sah gut aus. Okay. Dann bewerte den Part. Schaut in die Videobeschreibung. Da sind alle verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.